Ich nehm den rechten Oh, das macht mal benügend Hä? Mein Schuss ist einfach in ihm weggebacken So, Leute, herzlich willkommen bei Warframe Zusammen mit den Lappen, Maikos und Sven Erwurs Oh, nein Oh, ich hab Kopfweh Oh, ganz schlechtes Karma Geht noch was? Geht nach Navigation Boarding a Grineer-Ship to access their personnel records will be the fastest way to find Warframe So, jetzt hat... Oh, was glaubst du daneben, nein, egal Wir haben jetzt aufgegeben, Warframe... äh, nicht Warframe... äh, ja, hier aus dem Channel zu spielen Weil es einfach Käse war Oder? Ja Ha, du spielst scheiße, Leute, scheiße Das ist scheiße Operator May I suggest you access navigation and save your life? For my sake When you are ready to proceed to the navigation console Ja, bin dabei, die labert noch ein bisschen, aber ich hab das wichtigste hab ich eingeladen... aufgezeichnet... so... ähm... hab ich beide eingeladen? Äh, mich nicht Ich, ja Dann hab ich zweimal Markus eingeladen Gut Jetzt müsstest du Sven auch gekriegt haben? Ja, aber ich kann nicht beitreten Warum? Keine Ahnung, mach einfach nochmal Ach, scheiße, es... hab ich ja Hab ich ja... da spiel ich jedenfalls nicht scheiße, das ist richtig cool, das hat richtig... Es backt schon wieder Boah, wenn das jetzt nochmal backt, dann schmeiß ich's weg, ich hab's grad gelobt Am höchsten dünn Geh mal auch auf Gruppensuche nur Freunde, vielleicht geht's dann besser Ich hab die doch nur, hab nur Gruppe, nur Freunde gemacht Ja, ich hab's auch nur eingestellt jetzt Bei Markus hat's werde ich auch nicht eingestellt Markus ist in der Gruppe Ja, ich bin jetzt auch drin Ja, ich hab's gesagt Ja, um was geht's bei dem Spiel? Wir wurden, also wir sind ein Tenno, das ist eine Klonrasse, irgendein Gedöns Wurden befreit und jetzt muss man Markus annehmen Und jetzt kämpfen wir gegen den Klackskopf auf der rechten Seite, wo ihm auf der rechten Seite eingezeichnet wird Ich hab grad mir einen Bogen gekauft Ja, und wir sind in der Version Jo Markus ist auch dran Er wurde automatisch hinterhergezogen, das ist praktisch Jo, Sven Michaels und das Spiel, das ist so eine Art Assassin's Creed Online-Spiel Im Weltraum, Assassin's Creed Style, das hat richtig Style, wenn du die Wand hochkletterst, wenn du überall hinspringen kannst, mit Bogen, dicht tarnen, sneaky Oh, Markus hat nen Bogen Ja, ich hab die Kaufkraft für 10.000 Und jetzt looten Ey, wer von euch ist hier so übel schnell? So, und dieses Mal bitte sneaky Ja, Markus hat auch nen Bogen, das heißt, er kann jetzt ausdelfen Markus den Bogen musst du spannen, ne? Das lässt sich so auf, wenn du die Schusstaste gedrückt hältst So, einer macht die Tür auf, ich ziele und dann Ich ziele auch Ich bin vor 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 Ich bin verwundert, warum wir nicht ganz am Anfang der Also ganz am Anfang sind Wir haben das ja angespielter Spiel Und wir mussten es ja testen, ob es was taugt Deswegen sind wir schon ein bisschen fortgeschrittener schon Aber das ist noch die dritte, vierte Mission glaube ich Ja, ich glaube die dritte, richtige ist es Also ihr habt noch nichts verpasst, das waren zwei Tutorial Missionen und die habt ihr bei ihm angespielt Könnt ihr euch auch gerne angucken Die lassen mich jetzt wieder allein die Lappen Aber ich Ja, wir gehen zur Mission Wo du hingehst, wissen wir nicht Ja, wir gehen zur Mission 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 Ja, ich mach die Tür auf Und ich nehm mir den vorderen Ich nehm den rechten Ich nehm den rechten Oh, das nimmt mal genügend Hä? Mein Schuss ist einfach in ihm weggebacken Hammer, 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 alle Ja, Hammer, alle Wie, wie der hier ist? Nein, da ist noch einer Da läuft noch einer Haben Yes War das Alarm? Noch nicht Da, da rennen noch welche Da war das Alarm Haben Hinter dir Alter, die Boah Da oben ist einer Da oben ist einer Die rennen alle schon, hier oben Ich hab's gehört, dass der Alarm aktiviert wurde Nein Der kommt noch aus Der ist noch aus Okay Ops Wo, wo Jetzt ist er an Am anderen Ende der Red Ja, wir Ne, bei mir hier ist auch einer Bei mir hier ist auch einer Oh, ich mein den ja Ich bin hinter dir und hinter euch Ähm Der müsste sein Ja, warte, hier sind noch Gegner Ich muss noch welche weglocken Ja, deckt mich, deckt mich, deckt mich Gut Shit Shit Also hier ist auch so ein Alarmterminal Das kann ich auch Habe ich Alarm ist aus Gut, dann komme ich mal wieder zu euch Alarm successfully hacked The location is returning to normal security Hier oben stand auch noch einer Den habe ich auch Hey Leute, sind schon wieder weit weg Ja, wir looten Ja, wir looten Wir hauen Gegner weg Ja, wir looten grad echt Die Gästen hier unten Und Guter wird zerkloppt da oben Ja, wenn ihr nicht helft, muss ich es allein machen Ist doch schon da Karate Kick Ja, ist doch schon da und den habe ich doch schon Hatter gegeben Ja, ja Loot hier mal weiter Ja, komm, da raus Achtung von rechts, zwei mit der Gleicher Messer Oh Oh Gleicher Messer machen viel Oh, da ist, äh, Kit, also Der dolor greif Shake ní Ich auch Ja, es geht ein Es geht ein, die Lutzen alle Für jedem gleich Das ist das Spiel Finde ich bei dem Spiel richtig schön gemacht Dass die Luts für alle gleich sind Ey, zu dritt haben die echt keinem Keine Chance Hä? Was hast du das mit dem gemacht? Ich hab mal ich habe mein bogen gespannt hatten das kannst du nicht loslassen oder doch wenn du drückst naja dann machst du nahkampf deswegen habe ich einen schlag gelassen ach so hast du den so weggeschleudert natürlich haben wir noch einer nein weil wir seit ihr an der lootkiste vorbei gerannt da ist noch was zum guten credits 21 ich nehme die linke 3 2 2 2 ich nehme recht zu links er bei der auf einmal erwischt nein hast du nicht doch das ist doch der stadt ist er hätte leichter Achtung über uns aber genau eine gute direkt über dir hier oben rennt noch einer also darf da sind drei die hier in einem Terminal ich hab die sechmente geschnackt die leute die leute töten doch schön die explodiert wir haben glaube ich kann auch nur so irgendwas jetzt ja ich habe das gut so recht wir haben alle hälfte alle kriegen netter und dann das war eben das was ich meine dass es ist das kriegste mäßig aber eine hochklettern ja ja in dem hochklein du kannst die map auch ein bisschen abkürzend moment hier unten ist nur noch woher ja er hat aber er hat einen Teil Alarm ausgelöst er hat er hat er werde ich bin noch mal dran ja ja ab hinter uns auf einer wort noch einer abweiter abweiter gut habt ihr beide und jetzt wieder nach oben da wo ja mal ein Moment hinter uns sind sie noch die wir lösen sonst Alarm aus habe sie beide ich habe das System es ist nicht ist kein Alarm aktiv hier sind noch welche Futter wo hier sind noch mehr hier unten unten ja da wo du grad warst hier hinter uns quasi sie waren noch im nächsten Raum alle hinter der Tür ach so war mir nämlich klar dass da noch welche sind deswegen bin ich zurück gerannt gut jetzt gehen wir nach wo hin müssen wir sind hierher ja da wo ich halt vorhin aufgemacht habe wo du gesagt hast neun nicht machen ja ich hab's gemerkt dass du das aufgemacht hast jetzt jetzt muss man da noch mal irgendwas an dem Terminal machen ja ich hab's genommen das sollte das Segment vielleicht nehmen jeden auch so da 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 da